Hallo, Palmarillos. Zu noch einer Folge E-Wolf. Wir stellen mal hier ein bisschen was ein. Wir machen eine Jagd. Was sind wir denn für eine Map? Der Damm, Destillerie, Fusionskraftwerk, Geisterfalle, Kaserne, der Orbitalbohrer. So, Karteneffekt. Was haben wir denn? Stürme. Die Art des Sturms hängt von der Karte ab, okay. Ebenstar-Verbündeter. Die müssen da Leichenkolonisten. Gutes Wetter. Stürme. Nehmen wir mal hier so cool Verbündete. So. Extras. Brauchen wir Extras? Nee. Match starten. Alles klar. So, wir spielen natürlich die Jäger. Ja? Wopsa, was war das? Es lädt. Coole Mucke. Ich muss sagen, ich habe jetzt eine Weile E-Wolf schon gespielt. Und ich finde persönlich ist es am Anfang übelst krass, weil es halt auch was Neues ist. Und ich finde aber, es verliert den Wiederspielwert irgendwie nach einer Zeit. Irgendwann denke ich, jo. Keine Ahnung. Also mit vier Freunden oder so würde es vielleicht noch Bock machen. Aber wann hat man schon mal vier Freunde, die alle dasselbe Spiel haben und dann noch alle gleichzeitig Zeit? Also ich nicht. Äh, wer fehlt denn noch? Was haben wir denn? Haben wir Support? Hank. Fuck it. Haben wir die schon gespielt? Die haben wir noch nicht gespielt, oder? Was kann denn der? Schildprojektor, Orbitalschlag. Ähä, ähä. Ey, Hank. Junge. Den Bucket, den haben wir schon gespielt. Ich glaube, nur noch der Hank fehlt, oder? Muss mal gerade schauen. Well und Lazarus. Lazarus hat das Lazarus-Gerät. Nee, den hatten wir auch noch nicht. Alter. Alter, der kann ja coole Sachen. Persönliche Tarnung. Ja, dann nehmen wir mal Lazarus. Ähm. Lass mich mal schauen. Schadensresistenz. Ja, nehmen wir das mal. Zum einen, dass ich bin mal gegen den, gegen den, äh. Gegen den Goliath. Den Rest lassen wir mal so. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hab auch länger nicht mehr gespielt. Wie gesagt, mir vergeht ein bisschen die Lust an dem Spiel, aber ich möchte noch... Lazarus ist Madding. Er hält das Team am Leben. Mit dem Lazarus-Gerät kannst du tote Teamkameraden wieder zum Leben erwecken. Nutze die persönliche Tarnung, um dich bei Gefahr zu verstecken. Oder um Teamkameraden gefahrlos wiederzubeleben. Das Scharfschützengewehr feuert schnell, ist unauffällig und erzeugt Schwachstellen in der Panzerung des Monsters, die das Team anvisieren kann. Und das alles völlig geräuschlos. Vergiss nicht, den Heilungsstoß einzusetzen. Okay, werde ich nicht vergessen. Danke, Mama. Ja, was wollte ich sagen? Also, mir vergeht ein bisschen die Lust an dem Spiel. Irgendwie gibt's... Ich will doch auch mal was erzählen. Nein, nein, nicht meine Nebenwirkungen für den, den du wiederbelebst. Also uns. Mich? Ach so, ja, ja, viele Nebenwirkungen. Die verschiedensten Hirnschädensgröße aufzulisten. Ja, das ist ja nett. Nein, aber man muss hunderte Male wiederbelebt werden, bevor etwas passiert. Und es ist immer noch besser als die Alternative. Welche Alternative? Ja, tot sein, du. Kerl. Also. Wo denn? Da hinten. Alles klar, dann gehen wir doch mal da hin. Wuii. Mach mal nochmal die Karte an. So, hier, mach mal ein bisschen Karte. Wo ist er denn hin, der Guteste? Da oben. Daisy. Immer Daisy hinterher. Ich höre ihn stampfen. Da hinten. Da, glaube ich. Da unten, da unten stampft er. Nicht gewachsen. Dann wirst du sterben. Da läuft er. Hinterher. Wollo. Warum hat denn der schon so viel Rüstung, Alter? Wo ist er denn hin? Rechts, rechts. Ich gehe mal nach rechts. Da hinten hat er Vögel aufgeschreckt. Da hinten läuft er. Da, da hinten hüpft er, da hüpft er. Oh. Ich will ihn fangen. Was sind das für ekelhafte Bäume hier? Wo ist er hin? Äh, und jetzt? Monster hat was, was, was? Ich sehe ihn nicht. Da. Okay. Oh Gott. Mach das. Er lebt. Das Monster, wo ist er denn? Uh, Volltrepper. Au. Andere Waffe. Oh shit. L1, 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 L1. Ich nehme. Bin getarnt. Oh Gott. Alter. Ja, das war ja eine schnelle Folge. Aber das Gewehr ist ganz cool. Und ich habe das Gefühl, meine Typen machen dann sehr viel Schaden. Aber der war auch sehr schlecht, oder? Ja, eine 7-Minuten-Folge. Lazarus. Ja. Dann, Moment. Muss mal was schauen, wen, wen wir da noch nicht hatten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ja. Dann war es das erste Mal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Das war Lazarus. Und ja. Danke. Tschüss. Anzug. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ich habe Verbindungspro...